servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal in the war within hatte blizzard ja schon angekündigt weitere verbesserungen am interface vornehmen zu wollen und einige davon können wir uns jetzt anschauen der neueste beta bild hat einige sachen mitgebracht die das base des spiels etwas verbessern unter anderem gibt es jetzt eine legende für die world map wir haben eine suchbox oder zusätzliche suchboxen und all das ganze wollen wir uns jetzt in diesem video mal anschauen wir sehen dann erstmal hier dass ihr zukünftig eine legende für eure karte habt sowie filter also ihr seht denn hier ihr könnt über die neuesten filteroptionen aussuchen welche sachen euch auf der karte angezeigt werden wo sollen oder nicht zum beispiel könnt ihr hier jetzt diese sky riding races also die drachenreit rennen wie sie dann jetzt neue heißen ausschalten ihr könnt pet battles ausschalten local stories das dürften nebenquests sein ausschalten trivial quests also auch so sachen die eher nebensächlich sind kann man alles wegblenden wenn ihr da keinen bock drauf habt das auf eurer map zu sehen weg damit finde ich ist eine sehr sehr gute geschichte und gleichzeitig gibt es auch eine neue legende die nach dem blizzard ja doch einiges geändert hat finde ich ja durchaus ganz gut ist oder angebracht ist ihr seht jetzt hier die verschiedenen quest symbole wie die sich auswirken also local stories sind jetzt die normalen ausrufezeichen das sind dann nebenquests events rares bonus objektive es sind immer noch relativ viele sachen die angezeigt werden und nicht überall ich glaube nicht jedem ist klar was ist jetzt der unterschied zwischen einer wichtigen einer legendären und einer meta quest könnte ich mir vorstellen aber wer weiß dass vielleicht gibt es da ja dann noch ein paar erklärungen dazu die blizzard zusätzlich liefert auch hier seht ihr dann die legende in verschiedenen zonen beispielsweise neu ist dieser punkt hier mit diesem hub also das zeigt an wo ist in dieser zone eine wichtige stadt ein wichtiger zentraler platz wo ihr weiß nicht quests und sonstige dinge bekommt dass es in dem fall dann dornogal die neue hauptstadt die hier angezeigt wird oder in aschka hat ist es der weavers leer wo das ganze eingeblendet wird alles in allem muss ich aber sagen sieht die map an und für sich ganz schön aus und es sieht ein bisschen voller aus als sonst aber nicht unübersichtlich würde ich sagen also das gefällt mir ehrlich gesagt ziemlich gut wie blizzard das gelöst hat das sieht schon ganz schick aus ebenfalls neu im login screen habt ihr jetzt eine suchbox wo ihr nach klassen suchen könnt nach name klasse beruf oder location also ihr könnt dann beispielsweise alle charts suchen die gerade in okima stehen alle charts die schneidern können und so weiter ist ja eine witzige geschichte ich wüsste jetzt nicht wofür ich es brauche aber wenn sie es eingefügt haben gibt es bestimmt den ein oder anderen der das ganze für sich nützlich findet auch im spellbook könnt ihr jetzt nach namen suchen das ist denke ich auch eine ganz nette geschichte beziehungsweise macht die sache deutlich übersichtlicher und auch im quest log könnt ihr zukünftig nach name oder art der aufgabe sortieren also zum beispiel hier nach einer warbands quest finde ich auch ist eine ganz coole sache und dürfte dem ein oder anderen mit sicherheit helfen ebenfalls neu ist noch eine sache am transmog menü ihr könnt ja zukünftig ja mit jedem chart dank dieses warband systems transmog setz anderer klassen und rüstungsklassen lernen und dementsprechend hat blizzard jetzt eingefügt dass ihr auf jedem chart die transmogs aller anderen klassen ebenfalls sehen könnt also ihr seht das dann hier ihr habt ein drop down menü und könnt dann da auswählen zeigt mir die transmogs für alle klassen ist eine ganz gute sache so kann man dann auch sehen oder hier ist es in der set übersicht kann man das auch auswählen so kann man schauen okay fehlt mir da vielleicht noch was von bei welchem boss brauche ich für meinen twink hier noch irgendwas ist eine ganz coole geschichte und ja alles in allem wer es nicht braucht brauchst nicht benutzen für diejenigen die da aber ja viel am farmen sind viel am twinken sind denke ich ist das eine ganz gute addition am besten muss ich aber sagen gefällt mir was sie hier mit diesen maps gemacht haben dass sie teilweise sehr sehr schön aus und auch die legende denke ich ist nicht verkehrt damit danke an euch fürs zusehen schreibt mir gerne in die kommentare wie ihr diese änderungen findet ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten video wieder habt eine gute zeit und reingehauen